Ich war mit meinen Kindern zu Hause. Wir haben versteckt, gesucht. Hatten viel Spaß? Ja, die Kinder hatten Spaß. Was hat Ihnen gefehlt? Hat Ihnen was gefehlt? Meine Familie aus Bayern. Die durften ja nicht rüberkommen. Aber ansonsten, wir machen das Beste aus der Situation. Haben Sie sich irgendeinen kleinen Höhepunkt schaffen können? Die Kinder hatten Spaß beim Suchen. Das ist das Wichtigste. Weil die kommen eh viel zu kurz gerade. Ohne Familie. Also wirklich im kleinen Kreis. Konnten Sie sich trotzdem irgendeinen kleinen Höhepunkt schaffen? Ja, wir haben zusammen gespielt. Rommee. Wir haben nur Essen gemeinsam bestellt, Mittagessen. Und dann hat jeder sein Essen mitgenommen. Und das war es dann. Und die Kinder haben vorher noch gesucht. Ja, wo haben sie gesucht? Im Garten in Großgmählen. Ja, und wie war das? Gut. Bevor der Schnee kam dann. Sehr ruhig. Also wir haben Quatsch gemacht einfach. Mein Mann hat sich als Osterhase verkleidet. Und wir haben kleine Tütchen gepackt für unsere Familienmitglieder. Und dann sind wir von Haustür zu Haustür gefahren. Haben die kleinen Täckchen verteilt. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja. Und haben sich die Leute drüber gefreut? Wie war das? Natürlich. Erstmal war es ein schöner Gedanke einfach. Man hat ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Haben Sie selber Kinder? Ja, zwei. Ja, und wie haben die Oster eher gesucht? Na, einer ist ja bloß noch zu Hause. Und die andere doch. Also die große Tochter wohnt in Leipzig. Ach so, schon große Kinder. Da ist das Oster... So mittel und groß. Ja, okay. Was hat Ihnen gefehlt? Die Familie. Alles. Ringsrum. Das Gemeinschaftliche. Das Osterfeuer mit Freunden. Einfach mal zusammen ein Säckchen oder ein Bierchen trinken. Die Gemeinschaft. Es ist schade, es ist auch Zeit, dass es wieder mal raus kann, diese Gemeinschaft. Wir haben in Groppen gesucht. Und habt ihr viel Ostereier gefunden? Ostereier auch und noch ganz viele andere Sachen. Na, welche denn? Süße Schokolade, Kaugummi und noch Lego. Na ja, wir haben uns, wir haben getestet und haben uns getroffen. Ja. Und was hat Ihnen gefehlt an Ostern? Hat Ihnen was gefehlt? Nein, eigentlich nicht. Und habt ihr den Osterhasen auch gesehen? Nein. Ach, das ist aber schade, wa? Ja. Ja. Hahaha. Hahaha. Ja.